und herzlich willkommen zurück zur let's play portal ja es geht mal wieder weiter und ich freue mich überhaupt nicht auf das was jetzt kommt denn wir sehen da hinten schon ganz fiese militärdrohnen die uns ja ich sage mal umlegen wollen also davon geht zumindest mal aus und soja versuchen wir es einfach mal test nummer 16 ach du schande ich bin sowas von tot ist das gut was ich jetzt mache so wird es mich gleich mein Leben kosten ok hier um was mache ich jetzt Moment nee so glaube ich ist das nicht geplant oder naja ob das so geplant ist das weiß ich jetzt eigentlich nicht aber es ist auf jeden fall effektiv naja gut weiter geht's ich höre eine vertraute Musik in der Ferne äh bin ich jetzt überhaupt richtig ich bin grad total ne hier ging's los ok dann sehen wir mal hier weiter ok ok da ist wieder ein oh aktiviert boah ein Roboter David Aua hör auf damit und tschüss und tschüss hallo kann der mich sehen also ich hoffe mal nicht hallo kann der mich sehen also ich hoffe mal nicht zum Glück sind die Teile dann abgeschalten so vorsichtig da ist schon unser nächste ok ja ich hab dich auch lieb guck mir jetzt das Ding mal an hier sind ja noch einige Help Moment mal ok wo geht's denn jetzt weiter wo bin ich denn hier Milk will ich jetzt nicht äh was hab ich denn hier verloren da ist ne Tür glaube ich doch aber was kann ich hier machen nützt mir etwas wenn ich da dieses was ist denn das überhaupt sieht ja fast aus wie ein Rechner ich glaube es ist einer ok nehmen wir einfach mal mit vielleicht können wir ihn ja gegen unseren Freund benutzen ne das interessiert ihn schon mal nicht seltsam was ist denn das wisst ihr was ich versuch's einfach mal ey wie du schießt mich jetzt ab da ist noch einer gewesen ich glaube da müssen wir unsere Würfe benutzen so als Schutzschild oh ich glaube da müssen wir unsere Würfe benutzen so als Schutzschild so versuchen wir es einfach nochmal so versuchen wir es einfach nochmal das sieht man schon mal nicht ja gute Nacht suche oh oh haha ja was mach ich jetzt mit dir so ich mach dich kaputt ja Vorsicht ok das wäre schon mal geschafft und hier oh oh das wollte ich eigentlich nicht das wollte ich auch nicht ach da ist ja noch einer da ist ja noch einer aber es geht voran weg ach mach mal Platz hier ich brauch mal eine Ecke ich glaube wir sollen diese Würfel auch so ein bisschen als Schutzschild dazu verwenden da bist du ja da bin ich wo bist du so ich bin jetzt zu irre und rennt einfach mal durch ui da sind ja noch einige von diesen Geräten ich hoffe ich habe diese Kammer bald äh ich hoffe ich habe diese Kammer bald okay unser Radio und einige Würfel ähm ja was hat das hier zu bedeuten oje uah ich glaube wir müssen hier uns wirklich mal ein Schutzschild oder sowas bauen da versuchen wir es einfach mal gegen diese lästigen Dinger ja wir können uns ja ducken auch ja am besten ich schau uah das hier erst aus oh man es ist ein anderer Boden da kann ich meine Partei gar nicht benutzen ach irgendwann bin ich tot Tja was machen wir jetzt wir haben so viele Würfel irgendwas muss uns das doch verbringen ja wir bauen uns jetzt einfach mal da so ein bisschen voran bleiben schön in Deckung komm alles alles hier uah naja ich bin selber schuld Tja was mach ich denn damit ich muss ich muss uah muss echt aufpassen hallo hallo noch jemand da uah ich bin grad ziemlich äh sagen wir mal angespannt deswegen kann ich gar nicht so viel reden mhm aber ich glaube wir haben schon geschafft raus 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 oh oh ui ne ich komm nicht her oh na hier kann ich ja wieder oh oh nein jetzt war ich auch jetzt muss ich wieder ja jetzt muss ich doch nochmal machen also oh 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 boah ist der aggro Jetzt zurück. Hier schießen wir uns ein paar Teile hin, das stimmt ja schonmal. Weg, 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 weg. Ach, ich hätte den... Oh, das Gequatsche regt mich auf. Ich hätte den Würfel nochmal wegbauen sollen. Aber was soll ich denn? Oh, jetzt machen. Ja, hallo auch. Also ich will jetzt mal die Tür dazu bekommen, sonst habe ich den anderen immer im Genick. Das heißt, wir nehmen unseren Würfel wieder und ziehen uns vorsichtig zurück. Oh, oh, shit, nein, 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 nein. Oh. Verdammten Mistdinger da. So, was machen wir jetzt? wir müssen hier irgendwie rüberkommen glaube ich die machen wir stellen wir das am besten an ich muss irgendwie hinter dieses gerät kommen zwar ziemlich schnell ich warte jetzt mal bis es sich wieder abschaltet und dann versuche ich etwas waghalsiges ich hatte es fast nochmal es wäre fast richtig gewesen es wäre fast richtig gewesen auf mich zu schließen nochmal nutzen wir unsere Würfel wieder so ein bisschen bisschen unvorsichtig vielleicht klappt es ja auch so okay das wäre schon mal geschafft ein paar teile hin und ich bin wir können jetzt dann und ein und nicht 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 oh man und durch und Partei Nummer 2 tja, soweit waren wir schonmal jetzt müssen wir das ganze nur noch richtig jetzt müssen wir das ganze nur noch mal so machen wie vorher bloß etwas klüger oh man blöden Teile da eh, was fällt denn denen ein ok ich muss jetzt durch zwei Partei platzieren damit ich hinter den Roboter komme da bin ich gespannt 1 1 1 1 1 ach der lässt so ein Mist könnten Sie bitte herkommen der nagelt einen fest da man kann sich nicht mehr bewegen vielleicht sollte ich noch einen Würfel irgendwie benutzen da sind nämlich so viele weil ich bin viel zu unvorsichtig blöden Dinger da eh ich nehme jetzt einfach mal alle Würfel und baue mir da eine kleine Mauer ähm ähm wir haben ja genug so den dann machen wir auch kaputt ich kann auch nicht hingehen und diese Geräte einfach packen und kaputt machen oder? naja schall dass man sie nicht wieder mit dem Partei kaputt machen kann dass man sie irgendwo runterfallen lässt aber das bekommen wir schon irgendwie hin aber das bekommen wir schon irgendwie hin aber das bekommen wir schon irgendwie hin ähm vorsicht ähm ja ich bin jetzt so verrückt und versuch diese diese Roboter zu erreichen vorsicht 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 Jawoll. Das machen wir jetzt einfach so weiter und werden die zwei schon mal weg. Und dann haben wir nur noch ein Problem. Attacke. Ah, ich kann die mit den Würfeln natürlich umstoßen. Das stimmt. Vielleicht können wir uns das ja hier zunutze machen. Ja, jetzt sieht das Ganze schon viel einfacher aus. Wir können uns auch hier wieder, ich sag mal, vorarbeiten. Und uns dann ganz gemütlich hinter diese Maschine setzen. So, einmal, ich hoffe, das klappt jetzt endlich. Zweimal. Sieht ihr mich? Ne. Also dann, Attacke. Das blöde Gerät. Da, stirb. Stirb, stirb, stirb. Blödes Ding. Ah. Geschafft. Oh. Geschafft. Aber was nützt mir das jetzt? Wie komm ich hier weiter? Kann ich vielleicht mit einem Würfel mal versuchen, mit einem Würfel dieses Gitter aufzumachen? Weil wofür haben wir so viele von diesen Teilen? Was gibt's denn hier noch zu sehen? Ach, von da bin ich hergekommen, oder? Ja. Okay. Ach, nochmal einer drüber. Komm. Und dann... ...schießen wir uns einfach mal hier rüber. Also wird nichts nützen, oder? Nee. Krieg ich das Tor auf? Ah. Oh, Vorsicht, sonst... ...würde mich gleich töten. Ja, ich kann einfach meine Portaille hier durchschießen. Ganz easy. Na komm. Was, du bist runter? Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androiden Hölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Ach, bin ich froh, dass ich das geschafft habe. Jetzt machen wir mit dir ganz was Feines. Ja, ja. Ja, das hast du dir verdient. Ich sollte eigentlich die anderen auch noch nehmen und da reinbrutzeln. Komm, mit dir machen wir es noch. Na komm. Das habt ihr euch verdient. Zur Strafe, weil ihr mich so gequält habt. Ja, dann haben wir letzten Endes auch diesen Test noch erfolgreich beenden können. Ja, die schweren Tests haben sie sich natürlich für den Schluss aufgehoben. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass hier noch solche Roboter zum Einsatz kommen, die mich töten wollen. Tja, ob hier auch wieder welche kommen? Gucken wir mal noch rein. Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Was ist ein Begleiterkubus? Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Äh, also verfolgen tut er mich nicht. Ich glaube, ich muss das Teil einfach die ganze Zeit mit mir herumschleppen, weil ich ihn brauche. Ja, hier ist... Ach ja, da sind wir sehr. Hier können wir auf jeden Fall immer nicht abgeschossen werden. Das ist schon mal sehr gut. Hier ist ein bisschen Rätseln gefragt, aber erst im nächsten Part, denn ich werde hier einen Cut machen. Freu dich schon mal auf den nächsten Part von Let's Play Portal.